Ja, das ist eine weitere Runde League of Legends. Mal gucken, ob die mit invaden. Na, die Hälfte ist wieder AFK. Eigentlich können die mit Paum auch ziemlich gut invaden. Ja, okay, ich dachte ja der Flash drüber, deswegen habe ich jetzt sie genäutet. Ja, okay. Aber ich frage mich auch, was der Mundo da machen wollte. Ich will dann bitte einen Blubuff. Wenn ich jetzt noch schaffe, den Blubuff zu stealen, dann werde ich schon äußerst Sahne. Scheint schon mal nicht so, dass die gewordet haben. Ja, okay, der hat gesmited, fuck. Okay, warum haben wir heute auch den ganzen XP-Vorlauf? Von daher ist der Typ. Oh, das war ein 10er Hook. Ja. Der Hook war nicht schlecht, aber das danach, das war halt... Scheiße, Mann. ...und die Inten, jawohl. Gebet. Okay. Okay. That's mits. Ich bin nicht websit. Oh... Okay. All right. Okay. Okay. Okay, so... Okay. Ja, bämmt er die Mastery, verliert, ja. KG steht auch noch. Das war so klar! Hat sogar das Parieren gesehen. Die, die das Nichts hinabreißen. Wie sehe ich mich nach dem letzten Kuss der Vernichtung sehne. Das war so klar. Das war so klar. Dicker, ich müsste jetzt einfach mal an Bord kommen. Ich gucke mir vor schon, dass der Munde gleich Bord kommt. Ja so, Main, so lobe ich mir das. Nein, man hat sie den noch bekommen. Nein, 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 nein. Das ist halt schon leicht lächerlich. Also, wir sehen uns beim Schrauben. Ja, nein, ich muss noch ein Simmarschist sein. Dann geht es um Schrauben. 2 Minuten. Mann, wie ist das? Ich muss mich schrauben. Allee, ich muss mich jetzt einmal aufschrauben. Dann geht's mir mal. Dann geht's mir mal. Dann geht's mir auch mal. Und dann geht's mir weiter. Dann geht's mir hier, wenn du schon mal ein Wann ist. Dann geht's mir einfach mal! Dann geht's mir da. Dann geht's mir wieder. Dann geht's mir da. Ich bin hier Vorbote. Ich dachte, das war ja behind 1 In der Promo kann man nämlich keine, äh, kann man nicht autofilled werden. Und jetzt Kaisel noch. Und jetzt Kaisel noch. Ich dachte eigentlich, wir können ihn erkennen, aber ich hab nicht auf mein Mana geachtet. Ich bin gleich zurück. Ich werde nicht reißen. Oh. Ich werde nicht reißen. Ich werde nicht reißen. Ich werde nicht reißen. Dann gucken wir uns mal seine Moonlight an. Ich werde nicht reißen. 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 Okay, das war vielleicht ein bisschen missplayed. Ich werde nicht reißen. So, das ist mein Kill. Dann müssen wir den Top weiter pushen. Oder auch nicht. Ich werde nicht reißen. Ich habe jetzt einen einzigen CS genommen. Komm, hopp. Flamte mich rum. Ein Böser. Ich werde nicht reißen. Ich werde nicht reißen. Ich werde nicht reißen. Ich werde nicht reißen. Ein Kuss der Vernichtung, Seele. Das entkommt unserer Mord. Mein Stern kann schreien und den Zahn nicht vermissen. Das ist ein Kuss der Mord. Das war eine gute Ult Ausnahmsweise Ich weiß nicht, ob das so was war Von mir da nochmal rein zu gehen Aber ich glaube, sonst hätte der Sue es nicht hinbekommen Mit seiner Ult So 35% Kohle Da hört sich schon mal gut an Kaufen wir nochmal ein Pink Ward Das Game ist halt noch nicht verloren Außer Die machen da jetzt irgendeine Scheiße Das war halt eigentlich komplett Scheiße von mir gespielt Ich hab halt so gut wie nichts getroffen Hm Das ist nichts Nimm alles rein Okay, da geh ich nicht rein Das war halt komplett Der hier so hätte eigentlich ulten sollen Na egal Kriegen wir die noch? Na, lass ich mal Bot pushen Nach Mitte mal nicht Auch wenn's nur 10 Gold sind Und Ja ok, man kann nicht jeden hoch treffen Ich habe jetzt kein Mana an Müll Verlinden wir blocken Fuck Ich hätte ja nicht reingehen sollen Ich schaffte er nicht Ich weiß nicht, was der Yasuo da macht Lel Why? Ich habe jetzt einen Entschuldigung Ich habe jetzt einen immer noch die beide bekommen ja so untillt halt auch komplett die frage lohnt sich das ja jenks benutzt halt keine warts ich weiß nicht warum die da alleine feiten will ja man ja so oder ich gehe jetzt hier rein fuck ja mein ding ist kommt trotzdem noch durch Aber wenn man so viele Games of Thresh hat, dann kann man allmählich irgendwann abschätzen, wie die laufen. Zumindest wenn man, vor allem wenn man selbst wie viele Talon Games hat. Oder was heißt viele? Ein paar habe ich auf Talon. Sechs. Oder so. Haben wir alle verloren. Ja, die geht halt. Wir laden uns von den lebenden Galaxien selbst. Ich glaube, das kennen die Minion Denied. Ich glaube, das geht halt. Komge? Das hat Jynx. Ich dachte, ich habe keine Lust, dass die Fiora sich ganz einfach hochfällt, dass sie nicht mehr richtig lieber Oh Gott Oh man, warum waren denn keine? Wenn er die Reptas gewesen wäre, wäre ich weg gewesen. Naja, man könnte ja nicht alles wollen. Ja, ich probiere das schon. Ich schicke mal ein Pingo, das ist da. Ja, so leid es mir tut, ich muss es leider verkaufen. Mein Liebersohn. Was will er bitte mit Rabadons? Frozen Hard wäre so OP gewesen. Ja, okay, ohne Follow-up. Äh, die sind halt so greedy für einen fucking Kill. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Die haben wir jetzt. Free Baron, ja. 50-50 ist die schon. Und der Yasu! Oh. Nope. Oh Gott! Oh Gott! Nope. Ja, okay. Ich hab kurz zuvor zum übernehmen, aber da ist mir eingefallen, ich hab ja Dinge ins dabei, also Bumblebest und dann bin ich schon wieder tot. Das gibt mir die Liebliche an. Das kenne ich halt selber. Bremlwest OP. Ja, das war wieder ein geiles Game. Mit Thresh. Wie was das heißt? Nächstes Mal wieder einschalten.